Was bleibt von uns und unserem Glück? Von dir und mir, was bleibt zurück? Die schöne Zeit, die uns gehört, war nicht vergebens. Wo bist du gewesen? Ich habe dich gesucht diese Nacht. Der Mond war da. Nicht der rote, unruhige. Nein, der andere, klare, kühle, den man trinken kann. Die Figur der Isabelle in der schwarze Hololisk ist natürlich außerordentlich komplex. Ist also überall von mir ein Stück zurückgeblieben? In all den Spiegeln, die ich gesehen habe? Ich habe so viele gesehen, unzählige. Bin ich überall darin verstreut? Hat jeder etwas von mir genommen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schön, dass du noch einmal gekommen bist. Morgen ziehe ich hier aus. Ja? Ja. Wohin gehst du? Ins Valhalla. Zu Eduard? Ja, zu Eduard. Sanitäter! Erschieß mich! Erschieß mich! Sanitäter! Ludwig, erschieß mich! Halte durch! Sanitäter! Also das Erich-Maria-Marc-Friedens-Zentrum, so wie es jetzt aussieht in dieser Form, steht hier seit 1998. Lass mich nie allein, Rudolf. Ich lasse dich nie allein, Isabel. Ich schwöre es. Ich schwöre es. Küsse mich. Feierabend! Wir haben endlich Zeit für uns. Küsse mich. Küsse mich. Küsse mich. Küsse mich. Küsse mich. Küsse mich. Untertitelung des ZDF, 2020